in diesem video zeige ich euch wie man ganz schnell und leicht mit hilfe von powerpoint sein referat aufzeichnen kann wenn ihr für euer referat die folien erstellt habt könnt ihr diese ganz leicht aufzeichnen dafür geht ihr unter den reiter bildschirm präsentation bildschirm präsentation aufzeichnen wenn ihr hier drauf klickt erscheint ein präsentationsmodus den ihr aufzeichnen könnt mit dieser schaltfläche wenn ihr auf diese schaltfläche klickt beginnt ein countdown runter zu zählen und sobald dieser abgelaufen ist wird die präsentation aufgezeichnet ihr könnt nun ganz normal reden und klicken wie ihr es sonst auch in der klasse tun würdet wenn ihr fertig seid klickt ihr auf beenden und die präsentation wurde aufgezeichnet mit wiedergeben könnt ihr euch anhören was er gerade aufgenommen habt ihr könnt die präsentation nun entweder so speichern und ein anderer kann sie mit powerpoint öffnen und eure kommentare dazu hören oder ihr könnt auch powerpoint als video exportieren dazu geht ihr auf datei exportieren video erstellen und ihr könnt hier das gewünschte format auswählen und ein video erstellen bis zum nächsten Mal hin her her Bis zum nächsten Mal.